Danke für die Grenzkontrollen. Danke für die Grenzkontrollen? Hat er das wirklich gerade gesagt? Danke für die Grenzkontrollen an allen Land-, Luft-, Seegrenzen. Wow, Leute, wow. Danke für die Grenzkontrollen an allen Land-, Luft- und Seegrenzen, hat er gesagt. Der Mann ist Präsident der Bundespolizei, derjenigen Polizeiinstitutionen in diesem Land, die für diese Kontrollen verantwortlich sind. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. So, phänomenal, was manche Leute, ich denke mal kurz vor dem Ruhestand hier auf Pressekonferenzen, dann zum Besten geben. Herr Roman von der Bundespolizei hat sich hier öffentlich bedankt bei Frau Faeser für die Grenzkontrollen. Und zwar nicht für die Grenzkontrollen Deutschland-Polen, Deutschland-Österreich, Deutschland-Schweiz. Nein, für diese nicht, sondern für alle Grenzkontrollen. Deutschland ist seit dem 7. Juni 0 Uhr dicht. Man hat einen Grenzfilter aufgebaut, wie Sie hier sagen. Und es gibt jetzt hier eine Pressekonferenz, wo der Präsident erklärt, was es für besondere Aufgaben für ihn gibt. Und am Ende Zahlen präsentiert. Wir ziehen heute Bilanz für sechs Tage geschlossene Grenzen in diesem Land. Und ihr solltet euch hinsetzen, die Zahlen, sie werden euch umhauen, was man alles so an der Grenze findet. Aber zunächst einmal, damit wir nochmal lachen können, schaut euch doch mal an, wie technisch begabt unsere Bundespolizei und unsere Innenministerin ist, beziehungsweise wie so eine Pressekonferenz aussieht, wenn man nur die hässlichen Stellen rausgeschnitten hat. Ja, und diese Leute sind für die Sicherheit in diesem Land verantwortlich. Da fällt einem teilweise nichts mehr dazu ein, aber Frau Faeser hat hier auch einen Appell, den sollte sie sich vielleicht mal aufschreiben, damit sie ihn morgen nicht vergessen hat. Hart durchzugreifen, wo es erforderlich ist. Ah ja, Frau Faeser, aber das haben Sie gesagt hier im Kontext der Europameisterschaft. Ich bin dafür, die Polizei sollte immer hart durchgreifen, wenn es erforderlich ist. Und das ist anscheinend inzwischen ziemlich oft der Fall. Jetzt geht es hier allerdings los. Dieter Romer, der Präsident der Bundespolizei, er erklärt mal, wie wir es überhaupt schaffen, dass wir so viele Polizeibeamte auf den Straßen haben, wie man denkt, dass es notwendig ist. Wir schicken nämlich sogar unsere Schüler auf die Straße. Alle Anwärterinnen und Anwärter, die in der Ausbildung sind im zweiten Dienstjahr, sind mit an vorderster Front. Wir kehren alle Stäbe aus. Das bringt unglaublich viel Personal für eine gewisse Zeit. Ohne Stabsarbeit geht das in einer Vollzugsbehörde nicht, aber hier geht das. Habt ihr gehört? Die Polizeischüler im zweiten Jahr, sie werden auch mit rausgeschickt. Das ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, aber das zeigt einmal mehr, wie groß die Personalnot ist. Zusätzlich die Urlaubssperre, zusätzlich werden die Einsatzstäbe alle ausgekehrt, dass die Beamten da frei werden für den Dienst draußen. Und die ganze Pressekonferenz hier war auf der Vorstellung der ausländischen Polizeikräfte. Ich lasse das Video hier ab und zu nebenbei mal eingeblendet durchlaufen, dass ihr mal seht, wer da so alles da ist. Die haben da so eine kleine Fahnenformation gemacht und ein bisschen Musik gespielt. Was mich dann allerdings etwas beunruhigt hat, ist, als ich gesehen habe, dass da die Flagge von Albanien weht. Ja, die nehmen teil an der EM. Und dann habe ich mich nur gefragt, ihr habt ernsthaft albanische Polizisten ins Land geholt, die hier mit Dienstwaffe laufen. Ui, also, ist ja auch Polizeibeamte aus dem Land, aber habt ihr euch mal den Korruptionsindex angeschaut für Albanien? Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt die taktisch sinnvollste Idee, aber ja, ich pauschalisiere hier wieder alle albanischen Polizisten als XY. Das habe ich so nicht gesagt. Allerdings finde ich es sehr fragwürdig, dass man hier generell ein albanisches Kontingent ins Land geholt hat, zumindest mit Dienstwaffe. Aber hören wir hier nochmal zu bei Herrn Roman, wie er hier nochmal den Finger in die Wunde legt. 25 Einsatzhundertschaften ins Rennen, zumeist im Inland. Wir bringen darüber hinaus 50 mobile Kontroll- und Überwachungseinheiten im Inland zur Geltung und an der Grenze. Er zählt hier das ganze Material auch, was notwendig ist, beziehungsweise was man in den Verkehr bringt. Es sind ungefähr 22.000 Polizisten rund um die Uhr jeden Tag nur von der Bundespolizei im Einsatz. Und er sagt jetzt hier die berühmten Worte an Frau Faeser. Er bedankt sich für die Grenzkontrollen. Danke für die Grenzkontrollen an allen Land-Luft-See-Grenzen. Er hat sich hier bedankt. Ob er dafür am Ende seinen Job nehmen muss nach der EM, werden wir sehen. Wie sich das hier anhört, wird wohl der Präsident der Bundespolizei nicht Nein sagen, wenn man sagt, man sollte die Grenzkontrollen verlängern. Er erklärt jetzt auch, wie das Ganze abgelaufen ist. Wir haben einen Grenzfilter aufgebaut. Der läuft seit dem 7.06.00 Uhr. Wir haben jetzt sechs Tage Land-Luft-See-Grenzen kontrolliert. Und jetzt müsst ihr euch anschnallen. Ich lasse euch das erstmal vorspielen und dann fasse ich das nochmal kurz zusammen. Ihr müsst die Zahlen nicht mitschreiben. Ich blende sie gleich nochmal ein. Ich kann Ihnen mal sagen, was wir hier festgestellt haben in diesem Zusammenhang. Wir haben 145.000 Personen kontrolliert. Dabei 1.170 unerlaubte Einreisen festgestellt. 701 Personen mit einreiseverhindernden und aufenthaltsbehandelnden Maßnahmen bezogen. Wir haben alleine an den Grenzen in diesen sechs Tagen 132 offene Haftbefehle vollstreckt und zusätzlich 25 Schleuser festgenommen. Wir haben 79 Personen angetroffen, die trotz negativen Asylverfahren und wieder Einreisesperre versucht haben, in unser Land zu kommen. Das ist misslungen. Wir haben 14 Personenfahndungstreffer aus dem politisch motivierten Kriminalbereich. Darunter auch internationaler Terrorismus. Wow! Terroristen! Sie haben ernsthaft international gesuchte Terroristen gefunden an der deutschen Grenze. Es geht hier um politisch motivierte Kriminalität. Ich vermute mal, sie haben linke Terroristen gefunden, die auch in Ungarn gesucht werden. Das würde mich jetzt nicht wundern. Aber jetzt hier nochmal die Zahlen zum Mitschreiben. Der Präsident der Bundespolizei zieht Bilanz nach sechs Tagen vollständigen Grenzkontrollen in Deutschland 145.000 kontrollierte Personen. Und da merkt ihr schon, sie haben wohl nicht alle kontrolliert. Er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, sie wollen nicht den Personen- und den Warenverkehr einschränken. 145.000 Kontrollen. Naja, was ist davon alleine der Anteil an den Flughäfen? Er sagte ja auch Luftgrenzen. Aber dennoch sind die Zahlen erschreckend. 145.000 Kontrollen in sechs Tagen. 1.170 unerlaubte Einreisen. Das sind mehr wie 100 pro Tag. 132 offene Haftbefehle, die vollstreckt werden konnten. Zusätzlich haben sie 25 Schleuser auf frischer Tat an der Grenze erwischt, die auch alle in Untersuchungshaft jetzt sitzen. 79 Personen mit Wiedereinreisesperre haben versucht, über die Grenze zu kommen. Und es gab hier sogar noch 701 Personen mit einreiseverhindernden Maßnahmen. Also die hat man zurückgewiesen an der Grenze. Und die 14 Fahndungstreffer, politisch motivierte Kriminalität, darunter auch international gesuchte Terroristen. Das ist die Bilanz nach sechs Tagen. Grenzkontrollen in Deutschland. Alles für die Sicherheit der Europäischen Meisterschaft und für die Sicherheit der Bevölkerung hat man nichts übrig. Diese Kontrollen sollen in dreieinhalb Wochen planmäßig zu Ende gehen. Und dann gehen die Schranken wieder hoch und jeder darf hinein und hinaus. Und dann schaut keiner mehr hin. Und das ist der Skandal. Das müssen wir versuchen zu verhindern. Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Triggert eure Polizeibeamten an. Triggert eure Kollegen an. Die Grenzkontrollen, sie müssen bleiben, bis man die europäische Außengrenze gesichert hat. Wirklich gesichert hat und sie auch kontrolliert. Dann können nämlich die deutschen Polizisten bei der Frontex dann an der Grenze in Ungarn patrouillieren zum Beispiel. Oder in Polen an der Grenze zu Belarus. Da, wo man die Leute wirklich aufhalten muss, bevor sie die Europäische Union betreten. Denn der Schengen-Raum, die Freizügigkeit, das ist wirklich eine große Errungenschaft in Europa. Doch die funktioniert nur, wenn wir ganz genau wissen, wer in diesen Schengen-Raum kommt. Und wer nicht da bleiben darf, den auch wieder verlässt. Und da das nicht der Fall ist, müssen wir erst national unsere Grenzen kontrollieren. Alles daran hindern, in dieses Land zu kommen. Und dann dieses Land von Nord bis Süd, von Ost bis West einmal komplett auf links drehen. Eigentlich müssten wir alle einmal personell überprüfen von der Polizei. Also quasi einmal quer durchs Land mit einer Polizeikette. Und jeder, der keinen Aufenthaltstitel hat oder der nicht berechtigt hier ist, direkt mitnehmen. Mitnehmen, dass wir überhaupt mal wissen, wie schlimm die Lage ist. Wir schätzen ja immer nur. Wir wissen, wie viele Asylanträge es im Land gibt. Wir wissen, wie viele Grenzübertritte es gibt, die man beobachtet hat. Aber keiner weiß, ob am Ende nicht doch 500.000 mehr Leute in diesem Land leben oder nicht. Der Staat hat keine Kenntnisse darüber. Ist ja seine Lieblingsantwort. Und wenn er Kenntnisse hat, ist meistens das Staatswohl gefährdet. Da muss man sich ja todlachen inzwischen. Das Staatswohl ist wohl nur gefährdet, weil die Parteien keine Antworten auf die Fragen der Bevölkerung der aktuellen Zeit haben. Die Grünen-Wahl-Analyse war Aufschluss genug. Es gibt jetzt hier allerdings noch ein Zitat von unserem Herrn Roman. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das denke ich bei dem Deutschen. Das ist wirklich schlimm. Er redet hier von Boots on the ground. Boots on the ground. Und ich dachte, jetzt kommt es. Aber achtet alleine mal auf diese emotionslose Betonung, die hier... Wir bringen Boots on the ground so viele wie noch nie. Boots on the ground so viele wie noch nie. Langweiliger konnte man das nicht sagen. Und dass er die drei Wörter hintendran nicht in Englisch konnte, sagt auch viel über die deutsche Polizei aus. Er steht hier immerhin auf der Vorstellung der international zugereisten Polizeibeamten zur Unterstützung der deutschen Polizeikräfte. Die Sprache, die sie alle sprechen, ist Englisch. Und er sagt Boots on the ground so viele wie nie zuvor. Es gibt da ganz andere Leute, die mehr Motivation aufbringen. Aber ich denke, das Danke für die Grenzkontrollen war schon hart genug für ihn. Ich bin gespannt, ob es am Ende politische Konsequenzen gibt oder ob er einfach dabei ist, wenn die Grenzen dann wieder aufgemacht werden und sagt, jetzt dürfen alle Beamten Urlaub machen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du diese Horrorbilanz nach sechs Tagen Grenzkontrollen alleine? 132 vollstreckte Haftbefehle plus 25 gefasste Schleuser. Das sind 157 Leute, die in Haft genommen wurden, die sonst Teil der Gesellschaft gewesen wären. Und das, will Frau Feser uns erzählen, ist nach der EM kein Problem. Aber während der EM ist es ein Problem. Und da muss ich sagen, so viele Elefanten, wie da oben im Porzellanschrank gewesen sind, keine Ahnung, wo die alle herkommen, sind vielleicht doch aus Botswana hier eingeflogen worden. Die 20.000 oder wie viele waren das? Leute, schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Und schau auch mal auf AfD Observer vorbei, falls du diesen Kanal noch nicht kennst. Damit, ciao, bis bald.